Wir haben hier in Heilbronn eine ganz tolle Uhr aus der Renaissance-Zeit geschaffen, hat sie Isaak Habrecht. Das ist der Uhrmacher, der auch im Straßburger Münster diese ganz große Uhr gemacht hat. Und unsere Uhr hier, die hat ganz viele Elemente. Oben haben wir eine Glocke, die jede Viertelstunde schlägt. Darunter ist eine Mondphasen-Uhr, die uns also anzeigt, ob wir Vollmond, Halbmond, Neumond haben oder abnehmenden und zunehmenden Mond. Darunter eine Zeituhr, die fast normal ist, sag ich mal. Aber sie ist ein bisschen schwer zu lesen, weil hier ist der lange Zeiger, das ist der Stundenzeiger. Und der Grund, warum das hier anders ist, ist, als die Uhr eben im 16. Jahrhundert geschaffen wurde, da gab es wohl noch gar keinen Stundenzeiger, äh, keinen Minutenzeiger. Unter dieser Zeituhr haben wir noch eine sehr spannende Uhr, nämlich eine astronomische Uhr. Und da werden in der Mitte zeigen die Planeten die Wochentage an. Also Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn. Man hört es ja auch, dass die Wochentage eben ihren Namen von den Planeten haben. Der Sonntag eben von der Sonne, der Montag vom Mond. Und im Französischen ist der Dienstag der Mardi. Also da steckt eben noch der Mars drin und so weiter. Und dann haben wir noch einen größeren Kreis. Das sind die Tierkreiszeichen. Die stehen für die Monate. Und in den Ecken werden nochmal die Jahreszeiten dargestellt. Und das Spannende an der Uhr sind auch noch die beweglichen Figuren, die wir da haben. Gleich kurz vor dem Stundenschlag wird der rechte Engel, der trompetet. Und der Linke, der dreht dann das Stundenglas. Also als Zeichen für die Vergänglichkeit. Und dann gibt es noch zwei Widder. Die richten sich dann zum Stundenschlag auf und stoßen ihre Hörner zusammen. Und alle vier Stunden kräht der Hahn. Und jetzt gleich haben wir 12 Uhr. Und dann hören wir eben auch den Hahn krähen. Das macht er nur morgens um acht, mittags um zwölf, nachmittags um vier und abends um acht. Und dann hat er hier in Heilbraunen bei uns Nachtruhe. Man sieht auch, dass er sich dann so leicht dreht. Und ja, der linke Engel, der dreht gerade eben das Stundenglas, wie ich es gesagt habe. Musik Hier haben wir die Uhr, also da ist das Uhrwerk, versteht, und wir sind jetzt auf dem Dachboden des Rathauses und schauen uns jetzt mal das Uhrwerk an, das sich hier in diesem kleinen Kämmerchen verbirgt. Das ist das meiste von dem Uhrwerk, mit ganz vielen Rädern, die ineinander greifen und hier durch dieses Gestänge und Gewichte, die wir dann später noch sehen werden, wird das Ganze angetrieben. Das ganze Uhrwerk ist immer noch mechanisch, es gibt allerdings elektrische Impulse, sodass das Ganze am Laufen gehalten wird. Das ist jetzt die Rückseite des Uhrgiebels und da sehen Sie auch noch mal die Zahnräder und dieses Gestänge und damit werden die Zeiger bewegt an der Uhr und natürlich auch die beweglichen Figuren, die wir hier an der Rathausuhr haben. Dann gab es aber diesen schweren Angriff auf Heilbronn im Zweiten Weltkrieg am 4. Dezember 1944 und Heilbronn wurde ja größtenteils in Schutt und Asche gelegt und dabei wurde auch das Rathaus zerstört und leider auch das Uhrwerk. Und ja, beim Wiederaufbau hat man sich dann an den Originalzustand, also vor der Zeit vor 1900, orientiert. Dieses Uhrwerk ist aus dem Jahr 1953, das war das Jahr, als das Heilbronner Rathaus wieder eingeweiht wurde und bei der Einweihung war damals auch der Bundespräsident Theodor Heuss hier in Heilbronn anwesend und das war ein ganz, ganz großer Moment für Heilbronn. Heute wird das Uhrwerk betreut von unserem Hochbeamt und das heißt immer, wenn jemandem auffällt, dass die Uhr mal stehen geblieben ist, dann kommt ein Kollege und schaut danach und setzt das Ganze wieder in Gang. Ja, jetzt zwischen diesen Lüftungsrohren sehen wir jetzt die Gewichte, mit denen die Uhr aufgezogen wird. Hier kommt man nicht hin und mit Gruppen kann man hier leider auch nicht hochgehen. Sie sehen ja selbst, es ist doch alles recht alt und von daher viel zu gefährlich.